Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Essensspiel 2024 Vorschau und heute geht es um die Top 16 Kennerspiele. Das sind Top 16 Kennerspiele, die ich mir auf der Messe entweder angucke, die auf die ich heiß gespannt bin oder die ich vielleicht auch schon hier habe. Also auf jeden Fall alles Spiele, die ihr auf dem Zettel haben solltet. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Spiel an. Auf geht's! Weil Umweltthemen ja gerade so im Trend sind, fangen wir auch direkt mit einem Spiel an, was so ein Thema behandelt und zwar Atoll. Bei Atoll, das kommt bei Albi heraus, geht es darum, dass wir ein Ökosystem erschaffen wollen. Es gibt viele Karten, die man ja managen muss und es gibt quasi einen Kartenzustand, der sich Fatigue nennt. Den gilt es irgendwie zu managen. Das heißt, ja, wir müssen schauen, dass wir nicht zu viele Karten ins Fatigue, ja, in diesen Kartenzustand hineinbekommen. Ich habe das Ganze noch nicht gespielt. Ich stelle es mir aber sehr interessant vor und vor allen Dingen, es ist ein Engine-Building-Spiel. Und bei Engine-Building-Spielen bin ich ja sowieso ganz vorne mit dabei in der Schlange. Das heißt, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ein cooles Thema, Engine-Building und ja, ein spezieller Mechanismus, so Kartenmechanismus. Das sind alles drei Zutaten, die, ja, das zu einem richtig guten Kennerspiel machen könnten. Auch das zweite Spiel, was ich euch vorschlagen möchte oder worauf ich auch wirklich heiß gespannt bin, ist, auch bei Albi erschienen, T-Garden heißt es. Bei T-Garden haben wir ein Worker-Placement-Spiel im asiatischen Setting und das klingt erstmal relativ langweilig, aber das Spiel hat einen relativ interessanten Ressourcen-Mechanismus, denn, ja, der Wert von Ressourcen wird sich im Laufe des Spiels verändern. Das heißt, ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Kurt Nahora, wir müssen die Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt kaufen, wir müssen sie zum richtigen Zeitpunkt verkaufen und das Ganze gepaart mit einem Worker-Placement-Spiel. Das Ganze ist relativ, ja, ja, sehr speziell vom Artworks, glaube ich, es ist relativ grell, relativ so mit vielen pinken Farben. Sieht aber ganz nett aus, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und das werde ich mir dann definitiv auch anschauen, wenn ich sowieso bei Albi bin und mir Atoll angucke. Ja, da bin ich mal gespannt, welches von diesen beiden Spielen es dann tatsächlich in meinen Einkaufsbeutel schafft, aber, ja, die Chancen stehen gut, dass es beide werden. Das dritte Spiel, was ich euch kurz vorstellen möchte, ist Ada's Dream. Das kommt bei Alley Cat Games heraus, es gab vor einiger Zeit auch einen Kickstarter, in den bin ich tatsächlich nicht eingestiegen, weil man die Alley Cat Games, ja, normalerweise dann zur Messe immer auch kaufen kann und, ja, ich brauche keine Special Edition oder irgendwelche Sonderlocken, ich freue mich so auf das Spiel. Ich habe es mir auch schon auf der UK Games Expo angeguckt und da war es auch schon unter meinen Highlight-Spielen. Und bei Ada's Dream haben wir einen Rondell-Mechanismus, bei dem wir Würfel einsetzen und bei dem wir Würfel manipulieren können. Und dann geht es darum, diese Würfel, ja, auf so einem coolen Board zu platzieren, wo wir dann die Werte Plus und Minus rechnen müssen, um dann da bestimmte Arten von Siegpunkten zu erlangen. Ansonsten ist es ja Dice-Placement, also wir können mit den Würfeln verschiedene Aktionen ausführen. Ja, und es geht dann quasi um diese Ada, die, ja, mitgeholfen hat, den Computer zu entwickeln. Nicht so wie er heute ist, aber quasi den ersten Computer oder hat sich ihn vielleicht sogar selber entwickelt. Ja, und das finde ich ein cooles Thema. Es ist ein interessanter Mechanismus. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und das wandert zu 100 Prozent in meinem Einkaufsbeutel. Ich habe leider nicht, keine Rückmeldung von AliKatGames bekommen. Ich hatte es mir vor der, ja, vor der Messe jetzt, ja, angeguckt. Ich hatte auf der UK Games Expo mir eine Visitenkarte eingesteckt, aber habe dann keine Rückmeldung bekommen. Ich hätte gerne was auch im Vorfeld dazu gemacht, damit ihr ein bisschen, ja, stärker informiert seid. Aber jetzt, ja, ich werde es mir auf jeden Fall holen und dann, wenn es dann draußen ist, dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen berichten davon, sei es im Gespielt-Video oder in einem Einzelvideo mal schauen, wie es dann wirklich so ist. Dann das nächste interessante Kennerspiel kommt bei Aporta und es handelt sich um Saltfjord. Bei Saltfjord haben wir auch wieder ein Dice-Placement-Spiel, bei dem wir aber, wenn wir die Würfe, ja, auf unser Board einsetzen oder aufs Board allgemein einsetzen, immer Reihen und Spalten aktivieren können. Das heißt, ja, wir haben so einen Reihen- und Spalten-Aktivierungsmechanismus. Außerdem gibt es bei dem Spiel natürlich eine Technologie-Leiste. Technologie-Leisten sind immer ein Magnet, sag ich mal, für mich, dass ich das interessant finde, das Spiel. Und Aporta Games hat ja in der Vergangenheit auch eine ziemlich coole, viele coole Titel rausgebracht. Also definitiv ein Kandidat und das werde ich mir ja auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit holen und das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann hier auch auf meinem Kanal präsentiert werden. Dann hat Board in Dice natürlich auch wieder einen Kracher im Gepäck und zwar Minos Dawn of Bronze Age. Bei Minos Dawn of Bronze Age handelt es sich um ein Dice-Placement-Spiel, was relativ tight wirkt. Also relativ, ja, man hat nur vier Runden Zeit. Man muss in vier Runden richtig viel rausholen. Das könnte einfach so ein Expertenkracher werden. Ich stelle es mir tatsächlich so ähnlich vor wie, ja, es ist dann kein Expertenkracher, aber ich stelle es mir so ähnlich vor wie The White Castle, also die Weiße Burg. Das könnte sein, weil da haben wir ja auch so ein Spiel, wo wir in möglichst kurzer Zeit mit Würfeln irgendwie was rausholen müssen. Und in Minos spielen wir eine Zivilisation, eine der ersten Zivilisationen. Wir wollen Städte aufbauen, wir wollen Handelsrouten irgendwie etablieren und das Ganze machen wir mit Würfeln und wir können diese Würfel in so ein Raster einsetzen. Wir müssen aber ähnlich wie bei Zirkadianer unsere Würfelaktion oder unsere Aktion für die Würfel vorher planen. Also wir es quasi eine Art Programmieren, Würfel programmieren. Und dann arbeiten wir die von hoch nach tief ab oder von tief nach hoch, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall in einer bestimmten Reihenfolge ab und ja, können dann entscheiden. Niedrige Würfel sind halt irgendwie stärker für die Aktion, höhere, wertigere Würfel, da sind die Aktionen nicht so stark, aber wir können auf den Leisten, die es dort gibt, irgendwie stärker hochklettern und dort mehr Boni erlangen. Dann gibt es noch eine Auslage, die wir uns bauen mit Karten oder Plättchen, die dann irgendwie den Würfeln zugeordnet sind und da können wir dann auch noch Effekte triggern. Also es klingt wirklich wieder extremst interessant. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Must-Have für mich. Das wird ein Blindkauf, ohne es vorher gespielt zu haben. Dann noch ein sehr interessantes Spiel, nämlich ein Zivilisationsspiel bei Cranio Creations Beyond the Horizon heißt es. Ja, tatsächlich von den Mechanismen weiß ich relativ wenig. Ich weiß, dass es ein Zivilisationsspiel ist, wo wir eine Zivilisation haben, diese aufbauen wollen, gegen andere Zivilisationen bestehen wollen, wie man das halt, ja, standardmäßig so kennt, aus Through the Ages, aus Path of Civilization, aus, ja, Zivilisation im Computerspiel. So wenig stelle ich mir das vor. Ich bin sehr gespannt, wie es gelöst ist, wie es dann, ja, wird, ob man das Gefühl hat, dann auch wirklich eine Zivilisation aufzubauen. Das finde ich ja das Wichtigste bei so einem Zivilisationsspiel. Meinetwegen kann das dann auch immer ein bisschen länger dauern. Ich finde zu kurze Zivilisationsspiele nicht so gut, weil, ja, es dann einfach nicht durchkommt. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf Beyond the Horizon, ob es denn wirklich, ja, so ein geiles Zivilisationsspiel wird, wie ich mir das vorstelle. Aber Cranio macht einfach auch so gute Spiele, dass ich hoffe, ja, dass es so eins wird. Und das werde ich mir definitiv dann auch genauer angucken und werde euch dann berichten, ob es dann das hält, was es verspricht. Dann natürlich ein heißer Kandidat auf eines der Top-Kennerspiele des Herbstes ist natürlich Seti. Seti, das kommt bei Heidelbeer-Spiele bzw. bei Czech Games Edition, je nachdem, ob ihr die deutsche oder englische Version wollt. Und da geht es darum, ja, Seti, der Name, sagt es schon, wir möchten Aliens finden. Ich habe damals selber an dem Seti-Programm teilgenommen, als man mit seinem alten, super langsamen Computer sich da irgendwie einloggen konnte, um, ja, quasi nach Aliens zu suchen. Deswegen finde ich das ziemlich lustig, dass es jetzt ein Brettspiel dazu gibt. Ich weiß gar nicht, ob das Programm tatsächlich noch existiert. Ich habe es damals als Jugendlicher irgendwie gemacht. Und, ja, ich habe mir das Spiel ganz genau auf der UK Games Expo schon angeschaut. Es sieht wirklich top aus. Die Mechanismen sind, ja, gar nicht so super besonders. Aber, ja, es gibt so unterschiedliche Teile, unterschiedliche Parts auf dem Board, wo wir dann unterschiedliche Sachen machen können. Sei es irgendwie im Weltraum. Wir können da Planeten erkunden. Ja, wir können Technologien erforschen. Ja, es gibt so unglaublich viel Kram zu tun. Und, ja, es gefällt mir unglaublich gut. Es sieht unglaublich cool aus. Und, ja, jetzt schon mal als kleiner Tipp, wenn ihr das Ganze ein bisschen pimpen wollt, dann holt ihr euch noch so eine ganz kleine LED-Leiste oder eine kleine LED-Lampe, die irgendwie batteriebetrieben ist oder so und legt die dann unter diese Kugel, die ihr in der Mitte habt, damit ihr das Ganze dann auch noch ein bisschen beleuchtet habt, weil die, ja, das sieht dann einfach nochmal ein bisschen geiler aus. Definitiv ein richtig, richtig cooles Spiel mit, ja, Standardmechanismen wie Action Selection und, ja, es ist sehr kartengesteuert. Also, man hat sehr viele Karten, die dann irgendwelche Dinge tun, die irgendwie Effekte auslösen, die einen permanente Boni bringen und so und die einen dann weiterbringen. Und, ja, dann gibt es so verschiedene Phasen. Wenn dann irgendwie einer Aliens gefunden hat, dann läutet das irgendwie eine andere Phase im Spiel ein und so. Die Regeln im Detail kenne ich noch nicht. Aber, ja, das, was mir da gezeigt wurde, ich habe es einmal erklärt bekommen, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Da wird es definitiv auch ein einziges Video mit Regelerklärung hier auf meinem Kanal zu geben, da könnt ihr euch sicher sein. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Wenn ihr Interesse an diesem Spiel habt, das wird richtig gut. Dann habe ich noch ein weiteres Zivilisationsspiel auf dem Zettel und zwar Zivolution bei Pegasus Spiele. Ja, das ist wieder ein Zivilisationsspiel und ich weiß tatsächlich wieder relativ wenig drüber. Ich weiß nur, dass es relativ teuer ist. Ich glaube, es kostet 80 oder 90 Tacken. Das ist schon mal ein Brocken. Bei Beyond the Horizon, was ich eben erwähnt hatte, weiß ich das tatsächlich nicht, was das kostet. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich holen. Ich werde es mir vorher definitiv aber mal angucken. Genauso wie bei Beyond the Horizon. Das ist einfach, ich könnte jetzt quasi das Gleiche sagen, was ich eben schon zu Beyond the Horizon gesagt habe. Das trifft auf Zivolution komplett zu 100% auch zu. Ich werde es einfach anschauen. Ich werde gucken, ja, vielleicht mal eine Testrunde spielen. Mal gucken. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und so, wenn es ein richtig gutes Zivilisationsspiel wird. Und ich habe schon gehört von einigen, die das auf der Berlin-Konvol angespielt haben und die das schon einige Runden gemacht haben, dass es wohl ein Kracher ist. Also, was ich bis jetzt gehört habe, das hat mich heiß gemacht und deswegen, ja, ist es hier auf dieser Liste gelandet. Aber tatsächlich von den Mechanismen kann ich euch noch nicht so viel sagen. Aber das ist auch auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir dann auf der Messe genau angucken werde. Das waren die ersten acht Spiele. Bevor es mit den nächsten acht weitergeht, nochmal ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Ihr solltet meinen Kanal hier definitiv jetzt sofort abonnieren. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Es geht jetzt in die heiße Phase der Herbstneuheiten. Also, hier kommen jede Menge richtig neue Videos mit richtig vielen coolen Spielen. Seid also gespannt, abonniert den Kanal und weiter geht es jetzt mit den nächsten acht Spielen. Was wären die Herbstneuheiten ohne ein neues Spiel von Wladimir Suchi? Und auch hier bin ich sehr gespannt auf seinen neuen Titel Resafab von Delicious Games. Ja, es ist wieder ein typischer Suchi, glaube ich, bei dem wir Aktionen haben, bei dem das Spiel relativ tight ist. Wir haben Action-Cards, die wir spielen können. Wir spielen ja Händler, die durch die Wüste reisen, ja, von City zu City, also von Stadt zu Stadt. Wir wollen, ja, weil Wasser sehr knapp ist, auch Wasserstraßen bauen, um die Städte dann zu versorgen. Und dann geht es darum, dass wir als Händler auftreten und, ja, Güter kaufen und verkaufen. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Nach dem letzten Jahr mit Woodcraft und dem davor mit, ich glaube, Messina war es, hatten wir auch zwei wirklich richtig gute Spiele, die es aber nicht bis zum Ende in die Top-Top-Listen geschafft haben. Und ich bin gespannt, ob Resafas es jetzt schafft, ja, ein bisschen wieder, ja, dieses, dieses Wladimir Suchi-Gefühl, diese Underwater-Cities-Vibes aufzuleben. Ja, da bin ich sehr gespannt darauf, mal sehen, was wir da erwarten. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Blindkauf für mich. Und Wladimir Suchi 9, den nehme ich mit, ohne Frage. Dann das nächste Spiel behandelt auch so ein bisschen das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit, aber auf eine etwas andere Art und Weise, eher so ein bisschen auf die, ja, ironische Art und Weise beziehungsweise auf die sarkastische Art und Weise. Es geht um Daitoshi. Daitoshi kommt bei D-Wir-Spiele heraus. Es geht darum, dass wir, ja, in so einem Steampunk, ich weiß gar nicht, wie es Steampunk ist, aber ja, irgendwie sind die Technologien gerade erschaffen worden, um ganz viel mit Dampf zu betreiben, um Städte wachsen zu lassen, um, ja, quasi Industrialisierung voranzutreiben. Und dafür müssen wir dann auch Wälder abholzen. Wir müssen Flüsse trockenlegen und, ja, der Stadt zu Großem verhelfen. Und dafür, ja, müssen wir Aktionen machen, die der Umwelt vielleicht ein bisschen schaden und die uns aber helfen, Siegpunkte zu erlangen. Aber es gibt da wohl noch so eine Fraktion, die die Bewohner als, ja, Märchen abstempeln, die, ja, dagegen halten. Und vielleicht kann es sein, dass es für die Spieler ganz gut ist, ja, auch in Wiederaufforstungsprojekte und so zu investieren. So ähnlich habe ich den Text von BGG verstanden, was das Spiel angeht. Und es hat mich heiß gemacht auf Daitoshi. Mechanisch, was man da genau macht, weiß ich noch nicht so genau. Aber da ist ein neues Kennerspiel von Devir. Es kann das auf jeden Fall gut sein. Es ist für mich kein Blindkauf. Ich werde es mir definitiv angucken. Mal sehen, ob ich jemanden von Devir erwischen kann, der mir das Ganze gut erklären kann und mich dann heiß machen kann, und damit ich das dann mitnehme und euch erkläre. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Auf jeden Fall, ja, finde ich so ein bisschen, ja, diese, diesen Hintergrund, diese Geschichte dazu, was wir da eigentlich machen. Und ja, dass wir vielleicht irgendwie nachdenken sollten, dass Wachstum natürlich auch irgendwie seine Schattenseiten hat. Finde ich sehr interessant und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf dieses Kennerspiel. Dann das nächste Kennerspiel kommt bei DLP. Und das ist ein Kennerspiel, was ich auch mir schon angeguckt habe. Es geht um Atlantis Exodus. Ich weiß nicht genau, ob das Video jetzt schon online ist, aber ich wollte es auf jeden Fall vor der Messe online stellen. DLP hat mir ein Leihexemplar ausgeliehen vorab, was ich dann wieder weitergeschickt habe. Und ich konnte das Spiel schon einmal spielen, habe euch auch eine Regelerklärung aufgenommen. Und ich muss sagen, super. Ein sehr schönes Kennerspiel, bei dem wir ein bisschen in dieser, ja, easy-to-learn, hard-to-master-Sparte unterwegs sind. Sehr einfache Regeln ist sehr runtergebrochen auf einen bestimmten Mechanismus, nämlich wir müssen Worker ausbilden, um sie dann irgendwo hinzuschicken, um dann damit Siegpunkte zu generieren und ja, bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Das Ganze hat noch so ein Rondell, bei dem wir so Boni holen können und so, ja, Artwork, Material, alles top, muss man sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist auf jeden Fall ein, ja, Kennerspiel, kein Expertenspiel. Und ja, kriegt so ein paar Abzüge in der B-Note, was so Spieldesign angeht oder was so, ja, auch Ikonografie vielleicht nicht, aber ja, so ein paar Sachen, die nicht ganz, ganz eingängig sind. Aber trotzdem sind die Regeln wirklich sehr einfach und ich würde sagen, es ist auch eigentlich ein ganz gutes Gateway-Game für Kennerspiele. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Atlantis Exodus solltet ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Dann kommt bei Feuerlandspiele ein Brecher und zwar der neue Uwe Rosenberg mit Black Forest, also der Schwarzwald. Und ich weiß, dass dieses Spiel wirklich gut wird. Ich habe, oder was heißt, ich weiß es, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe mir Videos dazu schon angeguckt. Der ein oder andere Content-Creator-Kollege hat schon ein Video online, weil es auf der Berlin Con ausgestellt war und man es dort anspielen konnte. Ich war leider nicht zugegen, aber ich werde es mir jetzt auf der Messe definitiv holen. Ja, das muss ich halt einfach haben. Uwe Rosenberg ist sowieso immer so ein Thema bei mir. Ich mag seine Spiele und jetzt haben wir hier mit Black Forest ein Spiel, was den Mechanismus von Glasstraße oder auch Uranienburger Kanal ein bisschen weiterentwickelt. Ja, wir haben im Grunde genommen ein riesengroßes Feld, auf dem wir irgendwelche Aktionen machen können und wir haben ein ziemlich cooles Ressourcenmanagement. Es geht nämlich darum, dass wir ja so normale Ressourcen haben und aufgewertete Ressourcen und dann können die auf so einem Zeiger quasi so aufgewertet werden und man kann die so eintauschen von den Mengen her. Das ist ziemlich cool. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Ich werde definitiv auch von berichten. Ja, wie gesagt, für mich ist das Ganze ein Blindkauf. Glasstraße habe ich tatsächlich nie gespielt, aber für diejenigen von euch, die Glasstraße mögen, ist es, glaube ich, auch ein Pflichtkauf oder ein Must-Have, wenn die dann quasi genug von Glasstraße haben und vielleicht noch mal ein bisschen, ja, was weiteres haben wollen. Ich bin sehr gespannt, wie es mir dann am Ende wirklich gefällt, aber ja, da werdet ihr definitiv auch noch mehr hören hier auf meinem Kanal zu. Denn noch ein weiteres schönes Kennerspiel, was ich auch vom Thema sehr schön finde, kommt bei Frosted Games Galileo Galilei. Das werde ich mir auch sehr genau angucken. Bei Galileo Galilei geht es darum, dass wir Planeten entdecken, dass wir ein bisschen gucken müssen vor der Inquisition, dass wir uns da ein bisschen schützen müssen. Wir haben Aktionen, die wir mit unserem Teleskop auslösen. Diese Aktionen können wir dann noch stärker machen. Da können wir so ein bisschen Set Collection betreiben. Es klingt alles wirklich ganz fluffig. Ich glaube, es ist auch ein sehr seichtes Kennerspiel, was man so zwischendurch vielleicht noch mal einschieben kann. Das klingt einfach nach einer sehr gelungenen Sache. Ja, mal schauen, ob es dann das hält, was es verspricht, auch von den einzelnen Mechanismen her. Aber ich finde auch so vom Look und Feel, also viel vielleicht weniger, aber vom Look sieht es auch schon ganz gut aus, von dem, was ich bisher gesehen habe. Ja, da werdet ihr auch noch mal ein bisschen was zu hören, wenn ich es dann in die Finger bekommen habe. Aber das ist, glaube ich, auch ein Spiel, was man sich definitiv mal angucken könnte. Dann habe ich noch ein weiteres Spiel auf dem Zettel von Osprey Games, und zwar Sankore. Das Ganze wird auch bei Giant Rock auf Deutsch erscheinen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile sogar schon draußen ist, aber bei Sankore haben wir wieder dieses typische, wir spielen, das spielt irgendwo in irgendeiner Stadt, und wir haben so einen Mix von Eurogame-Mechaniken. Wir haben hier Area Majority mit drin, wir haben Worker Placement mit drin, wir haben Aufträge mit drin, die wir erfüllen müssen. Ja, das Ganze spielt dieses Mal in Afrika, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Das letzte, ich glaube, das war Murph, Herz der Seidenstraße, das war auch schon ganz gut, hat mich persönlich nur irgendwie nicht so richtig abgeholt, aber es war tatsächlich einfach ein relativ gutes Spiel, was auch sehr viele interessante Mechaniken hat, und ja, so erwarte ich das jetzt mit Sankore auch. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Da werdet ihr auch was zu auf meinem Kanal hier finden. Ich habe das Ganze schon bestellt, und ja, bin dann gespannt, wenn es ankommt. Das werde ich mir dann tatsächlich nicht direkt auf der Messe holen. Ich werde es mir auf der Messe mal angucken, aber das Ganze wird dann separat hier eintrudeln. Ja, mal sehen. Das ist definitiv aber auch einen Blick wert. Dann das vorletzte Spiel auf der Liste. Definitiv schon ein Highlight, denn ich habe es hier schon gespielt, ich habe es hier schon liegen, habe auch schon was dazu abgedreht. Die Blumenstraße. Auf Englisch Windmill Valley. Ja, der Titel Die Blumenstraße habe ich mir sagen lassen, das gilt, geht auf eine tatsächliche Blumenstraße zurück, die irgendwo in den Niederlanden ist, wo ganz viele Tulpen links und rechts irgendwie sind. Aber eigentlich geht es bei dem Spiel darum, ja, Windmühlen zu bauen, ein Beet zu bepflanzen, also eigentlich nicht um die Blumenstraße. Aber das soll dem Ganzen, ja, keinen Abbruch tun. Das Spiel ist genial, muss ich dann sagen. Das Spiel ist belohnend. Das Spiel macht Spaß. Man kann die Pace selber bestimmen. Man kann sich krass viel aufbauen. Man kann, es ist einfach so, es fühlt sich so super positiv an, wenn man das spielt. Und ja, es hat einfach eingängige Mechanismen. Es ist nicht kompliziert. Wir machen einfache Dinge. Wir können Aktionen, wir haben so ein Aktionsrad, so ein Mühlrad, das ist cool. Da können wir Aktionen verbessern. Da können wir dann einfach uns eine Aktion aussuchen. Aber es gibt halt dieses Ping-Pong. Wenn wir eine Aktion machen, können wir wieder eine andere Aktion auslösen, die wieder eine andere Aktion auslöst und so. Und das macht das Ganze so genial. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Hat auch schönes Material mit diesen kleinen Blumenpflanzenplättchen und ja, mit diesen Mühlrädern. Ein wirkliches Highlight, muss ich sagen. Habe ich auch in meiner letzten Gespielt-Folge schon kurz von berichtet. Ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ihr auf dem Zettel haben müsst. Und ich glaube, so eines von den besseren Herbstneuheiten definitiv. Und das letzte Spiel, was ich mir angucken möchte, ist Reef Project. Weil Reef Project handelt sich wieder um ein Thema, was so ein bisschen Ökologie und Umwelt angeht. Denn wir wollen hier Riffe erforschen. Wir haben die Möglichkeit, entweder einen Recharge zu machen oder einen normalen Zug, in dem wir Aktionen spielen. Und wenn wir irgendwie diesen Recharge-Zug machen, dann können wir Boni von so einer Leiste, von so einer Siegpunktleiste irgendwie triggern und die dann irgendwie einheimsen. Oder wir machen halt ganz normale Aktionen. Und da können wir dann, ja, wir können Crew, also ja, Leute anheuern, die uns irgendwie helfen. Wir können irgendwie unser Taucher bewegen. Wir können unser Boot bewegen. Das Ganze hat so einen riesig großen Spielplan, ja, wo wir die einzelnen Riffe dann irgendwie besuchen können. Wir können Aufträge erfüllen. Also es gibt da genug zu tun und es klingt wirklich sehr interessant und es sieht wunderschön aus, muss ich dann sagen, auch von den Materialien, die ich mir angeguckt habe. Bei BGG gibt es so ein paar Screenshots, die hochgeladen sind. Mal gucken, ob da welche sind, die ich euch hier auch einblenden kann. Ja, ein sehr, sehr schönes Spiel, muss ich sagen, mit einem auch wirklich sehr schönen Thema, muss ich sagen. Ja, weiß ich noch nicht so ganz. Das ist für mich kein Must-Have, aber definitiv ein Spiel, was sehr interessant ist und was, ja, definitiv auch ein Highlight werden könnte dieses Jahr. Das waren die 16 Kennerspiele, auf die ich besonders gespannt bin, was die Herbstneuheiten und die Messe Spiel 2024 angeht. Das sind die Titel, die ich mir dort angucken werde beziehungsweise vielleicht schon auch schon angeguckt habe. Ich hoffe, es war das ein oder andere Spiel für euch dabei. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, vor allen Dingen, welche Spiele findet ihr besonders interessant und habt ihr noch Kennerspiele auf dem Zettel, die ich hier vielleicht gar nicht genannt habe? Es ist tatsächlich so, dass ich einige Spiele bewusst rausgelassen habe, zum Beispiel einige Kickstarter, die jetzt ausgeliefert werden, auf die ich auch sehr gespannt bin, aber das sind alles Spiele, die ich mir auf der Messe nicht mehr angucken muss. Zum Beispiel Unconscious Mind, das ist auch so ein, natürlich ein Must-Have-Titel, aber den habe ich hier jetzt nicht explizit genannt, weil ich definitiv dazu was auf meinem Kanal mache, wenn das Spiel dann da ist. Ja, Welche Spiele habt ihr noch auf dem Zettel? Welche Spiele, von denen ich euch genannt habe, hier von den genannten, findet ihr besonders interessant? Schreibt mal euer Feedback in die Comments, dann kann ich vielleicht auch so ein bisschen priorisieren, was so, ja, die Spielreihenfolge angeht, was so, ja, die Videoreihenfolge angeht, damit ihr auch möglichst schnell und gut informiert seid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls ihr meinen Kanal unterstützen wollt, sowieso, und gebt gerne Feedback, macht die Glocke an, lasst ein Abo da und, 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 ja, so könnt ihr meinen Kanal unterstützen. Würde ich mich sehr drüber freuen und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut gerne noch ein weiteres Video. Ich hätte hier zwei Vorschläge, vielleicht ist da was für euch dabei, falls nicht, stöbert einfach mal hier auf meinem Kanal. Ich habe noch viele andere coole Brettspiel-Videos, da werdet ihr auf jeden Fall fündig und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.